Seid gegrüßt! Willkommen zurück zu Gothic! Ja, letztes Mal haben wir Uricil mit der Zauberformel von Xardas aufgeladen. Nachdem wir seinen Turm durchstöberten und dabei auch die Erzrüstung fanden, die der Feldherr, könnt ihr mal anziehen, der Uricil ursprünglich führte, vor uns getragen hat. Bei der Zeremonie Uricil aufzuladen hatten wir sie auch in der Sequenz an. Aber wir werden jetzt Xardas darum bitten, aus Uricil die magische Rune, die Uricil seine Macht verleiht, ja, zu extrahieren. Irgendwie so. Ich weiß nicht mehr, wie ich meinen Satz angefangen habe, also habe ich ihn sicher falsch beendet. So, wir haben Uricil aufgeladen. Ich habe Uricil aufgeladen. Unglaublich! Das Schwert hat seine alten Kräfte wieder gewonnen. Nun führst du eine wahrhaft mächtige Waffe. Ja, wir fragen ihn nach dem Weg, wie man Uricil als Magier effektiv führen kann. Du erwähntest einen Weg, wie ich Uricil auch als Magier wirksam führen könnte. Wenn du Uricil genau betrachtest, wird dir der große, blau schimmernde Edelstein in der Klinge sofort auffallen. Er ist das Gefäß für die magischen Kräfte der Klinge. Wenn ich den Stein entferne, kann ich daraus eine Zauberrune herstellen, welche die Eigenschaften von Uricil selbst in sich trägt. Eine Zauberrune aus Uricil. Ja, entferne den Stein bitte. Entferne den Stein aus Uricil. Dieser Schritt ist endgültig. Soll ich den Stein wirklich aus der Klinge entfernen? Ja. Ja, tu es. Du hast es so gewollt. Hier, nimm das leere Schwert und die Rune. Wie zuvor ist das Schwert immer noch eine mächtige Waffe und hat für die benötigte Stärke von 30 immer noch seinen sehr moderaten Schaden von 90. Allerdings nur noch physisch und nicht mehr magisch. Ich bin aber der Meinung, dass wir besser erstmal beim Einhänder bleiben. Und dann haben wir natürlich Uricils Welle der Vernichtung. Genau. Oder Welle des Todes. Die 200 Magieschaden macht und nur 10 Mana kostet. Diese mächtige Zauberrune enthält die uralten Kräfte des Schwertes Uricil. Schön, schön. Damit kann ich mich jetzt endlich toll an den Razern rächen. Nicht an den Feuerwaran, die haben mir nichts getan. Aber dazu müssen wir natürlich erstmal hier runterkommen. Beim ersten Versuch, beim ersten Versuch. Beim ersten Versuch. Ah, wir sind der Beste. Oder so. So, und zwar Feuersturm. Nee, Teleport zum Wasser Magie. Nee, Teleport zum Monon. Der Todesring. Und, ähm. Ja. Wir könnten jetzt in den Ork-Tempel zurückgehen. Aber ich sag mal so. Ein ganz besonderer Arsch steht natürlich noch auf unserer Liste. Und, äh. Der wird sein blaues Wunder erleben. Ja genau, wir greifen das Heilkräuter-Ding an. Und so sieht die Welle des Todes aus. Und da ist der Razer weg. Und da ist der Razer weg. So wie ich es mag. Einfach tot. Na? Genau. Bedroh mich. Komm ganz langsam. So ist es brav. Und da sterben sie einfach. Ist es nicht schön. Ja. Wie gesagt. Gommes Arsch steht auf unserer Liste. Und wir werden natürlich daran arbeiten, dass, ähm. Er nie wieder irgendwie irgendwo etwas machen kann. Immerhin kommen wir ja mit der Rune. Die uns zum Feuermagier-Tempel hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber ein Tempel ist es ja nicht. Die uns zum Feuermagier-Häuschen in alten Lager teleportiert. Und damit kommen wir dann natürlich rein. Durchs Pentagramm. Und das möchten wir natürlich nutzen. Wir haben noch zwei andere Orte. Die wir auch noch besuchen könnten. Ich bin mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich das auch möchte. Aber. Ich denke wir werden uns trotzdem da mal umsehen. Auch wenn es dann nicht wirklich was. Das ist nicht nur die Karte, die ich möchte. Ah, dann nehmen wir die Fokus-Karte von Saturas. Und zwar beim obersten Zacken. Des Pentagramms. Ist rechts daneben noch so, ja. So ein kleines Tal quasi im Berg. Wir waren ja bei der Trollschlucht. Und daneben ist noch so eine kleine Schlucht. Da gibt es nochmal ein paar Leute, die wir treffen können. Die da einfach nur sind. Es hat keinerlei Relevanz mit irgendwas leider. Und dann gibt es noch einen kleinen Ork-Tempel. Bei dem wir noch nicht waren. Oder ein Schrein. Der außerhalb des Ork-Dorfes liegt. Da waren wir auch noch nicht. Da könnten wir auch nochmal vorbeischauen. So, mal gucken, ob wir die Feuerware klein kriegen. Das war jetzt eher das geringere Problem. Also wir sind jetzt wirklich, wirklich mächtig. So waren wir vorher schon, aber... Mittlerweile kann uns keiner mehr das Wasser reichen. Wir sind durchaus die mächtigste Entität, die hier gerade so am rumlaufen ist. Ja, möchten wir erst zu Gommes oder möchten wir erst die anderen Sachen abklappern? Ich würde sagen, wir klappern erst die anderen Sachen ab. Und dann gehen wir zu Gommes. Und sagen ihm, was wir denn so von ihm halten. Ja, damit können wir natürlich im Ork-Dorf auch noch sehr viel Spaß haben. Wir müssen unser Mana auffüllen. Mit unseren 140 Mana oder 158 Mana sogar sind wir auch gar nicht so schlecht aufgestellt und können 15 Wellen machen, bevor wir nachladen müssen. Also, da geht durchaus was. Da kann man schon mal den ein oder anderen Gegner niedermetzeln. Wenn wir hier alles gemacht haben, bevor wir in den Ork-Tempel reingehen, könnten wir beispielsweise auch noch mal zu Deo gehen und unsere Stärke ein bisschen steigern. Dann haben wir noch mal ein bisschen Einhänderschaden. Nicht, dass es wirklich von Nöten ist, aber was man noch so auf die Schnelle mitnehmen kann, kann man natürlich sich noch holen. Genau, die Garde hier haben wir ja auch schon platt gemacht. Ich glaube, wir hätten bei Xalas auch noch eine Armee. Da findest du... Das ist Verschwendung, was ich hier gerade mache. Was für die Waage eigentlich auch schon, aber wenn man so einen tollen Zauber hat, kann man ihn ja ruhig mal ein bisschen benutzen. So, wir gehen erstmal zu der Ork-Tempel-Anlage. Das habe ich gerade anscheinend so beschlossen, indem ich hier abgebogen bin. Da oben im Turm waren wir auch noch nicht. Da dürfte es ein wenig Rohstrahl geben. Hier haben wir Snapper. Na, normalerweise ist mit denen ja nicht gut Kirschen essen. Haben wir hier schon die meisten platt gemacht? Das ist jetzt für... Also, ich erinnere mich nicht mehr. Wie einfach er tot geht, ne? Für so einen dummen Razor, da hätten wir jetzt wieder eine halbe Stunde drauf eingeprügelt. Dann ist da der Weg ein anderer hin. Aber in dem Turm befindet sich nur eine kleine Kiste und ein normaler Waran. Sack. In dem Turm befindet sich nur eine Kiste, in der es primär Rohstahl gibt. Ist am Anfang noch ganz praktisch, wenn man noch ein paar grobe Schwerthaar braucht, um sich was kaufen zu können. Jetzt ist die Frage, ob wir vielleicht doch schon im Ork-Tempelchen waren. Also, ich erinnere mich nicht dran. Aber ich meine, wir hätten da schon Orks sehen müssen. Aber da kann ich mich auch täuschen. Warum ich den ganzen Lerker-Clown-Kram und das alles mitnehme, weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, hier sieht man auch schon wieder so eine Ork-Statue. Hier ist noch so eine Höhe, die leider ein bisschen leer ist. Ich denke auch, dass das hier so die Orte sind. Diese Ork-Anlage, in die wir gleich reinkommen. Und dieses kleine Tal, was da oben ist. Das mag durchaus sein, dass das Spiel dann fertig sein musste und da keine Zeit mehr für war, das zu Ende zu bringen. Ja, die Orks verlängern leider immer mit jedem Treffer, den sie landen. Ein bisschen die Zeit, bis der Zauber zu Ende gesprochen ist. So. Hier haben wir das. Hier ist so ein, ja, so ein kleines Atrium oder irgendwie sowas. Und hier sind so ein paar Tränke und ein paar Truhen. Da unten gibt es nicht. Da könnten wir reinfallen, dann müssten wir wieder hochspringen. Also ein paar Tränke und drei Truhen gibt es hier quasi. Es dürfte nichts Besonderes sein, aber man kann es sich halt mal angucken. Es ist halt so ein bisschen, es, wie gesagt, meiner Meinung nach liegt es im Bereich des Möglichen, dass diese Orte erschaffen wurden und vielleicht durchaus eine Idee da war, was man damit machen möchte oder kann oder wofür es gedacht ist, aber dann letztendlich die Zeit nicht dafür da war und dann wurden halt Dinge rausgekürzt. Aber was das jetzt ist oder was sich da gedacht wurde, kann ich mir beim besten Willen nicht ausdenken. Vielleicht gibt es dazu ja auch Unterlagen und Interviews, wo gesagt wird, wofür das ursprünglich mal gedacht war, aber ich habe jetzt leider keine Information dazu. So, wir können mal einen Trank einschmeißen, hier fünf Minuten sprinten. Dann gehen wir mal oben zum Tal. Ja, und danach geht es dann schön zu Gomez. Dann metzen wir alle Arschlöcher ab, die das verdient haben aus dem alten Lager. Und dann, äh, geht es zurück in den Ork-Tempel. Mit Xalas haben wir ja auch alles besprochen, was wir zu besprechen haben. Wir können mal eben gucken. Wir haben nicht mal mehr eine aktuelle Mission. So arm ist das. Im Prinzip könnten wir jetzt machen, was wir wollen, wenn wir das Spiel nicht beenden möchten. So, Milton steht hier auch nicht mehr. Der ist ja ins neue Lager abgezogen. Ja, die Waren sind auch nicht mehr da. Die haben wir auch schon umgebracht. Ach ja, hier hinten sind die Typen, die uns was gesagt haben, anfangs von wegen. Äh, hier, guck mal, klauen wir eine Karte im alten Lager. Ich meine aber, selbst wenn man es macht, kann man ihm sie trotzdem nicht abgeben. Ich weiß nicht mehr, ob das Trax war oder der andere. Aber es ist nicht so, dass wir eine normale Karte im Inventar hätten, die wir einen von den beiden geben könnten. Ach ja, die Scavenger und alle sind ja auch alles tot. So. Da sind wir auch gleich schon da. Vielleicht erinnert sich ja auch noch jemand, wie wir hier damals hochzogen zur Trollschlucht, auf der Fokus-Suche und jede Menge Snapper abgemetzt haben. Wie man sieht, ein paar Snapper sind nachgekommen. Was heißt ein paar? Einer? Ach doch, ein paar. Ein paar Snapper. Männlein und Weiblein oder man weiß es nicht, um noch viel mehr kleine Snapper zu machen, aber das ist jetzt sowieso zu Ende. So, da drüben haben wir mit Diego den den Troll besiegt. Ein Troll! Ähm. Ach ja, wir können ja noch das andere Amulett anlegen. Wir können ja jetzt natürlich mal gucken. Was sagt der Troll dazu, wenn wir ihn nicht klein machen und mit der Welle der Vernichtung bekämpfen, also mit dem Todesring bekämpfen? Ich glaube, er ist gar nicht mal so beeindruckt. Nee. Ähm. Es könnte ein längeres Unterfangen werden. Da ist man, glaube ich, tatsächlich mit dem normalen Urizziel und nach Stärke über 100 besser aufgestellt. So, er regt sich natürlich unglaublich auf. Ich hoffe, wir haben einen Monster-Schrumpfen-Zauber. Monster-Schrumpfen haben wir sogar noch einen. Liegt auf der 8. Ah, das können wir doch. Oh, ich speichere mal vorsichtshalber nochmal. Weil so ein Troll, die 1000 oder 2000 Erfahrungspunkte kann man ja nochmal mitnehmen. So, hier nochmal Dinge. Oh, schade. Es hat nicht funktioniert. Es läuft gerade ein wenig unglücklich. Ja. So, ich muss ihn nur in den Fokus kommen. Hallo. Das ist ja schon wieder zu lang, sich am aufregen. Jetzt haut er mir gleich seine Faust ins Gesicht und dann war es das wieder. Ah, so geht's doch. Na ja, mein ich auch immer noch die beste Möglichkeit, einfach voll platt zu machen. Hallo. So, schön nochmal Trollhauer und Faeric. Ich glaube, der Troll, es mag so sein, dass er hier platziert wurde, als wir den Auftrag von, ähm, von, Tarok bekamen. Wer sich erinnert, Tarok war der Ork-Sklave in, äh, in der Mine des neuen Lagers. Ja, wir sollten für den ja diese Trophäen und alles holen. Ey, warum läufst du denn weg? Bleib doch stehen. Wenn du nicht wegläufst, dann läufst du weg. Dann gehe ich erst hier hoch. Na, was sagst du dazu? Hast du auch Angst? Was soll denn das? Das tut doch nicht, Note. Ah, ich würde auch gerne runter. Naja, die Leiter wird noch benutzt, ich weiß. Oh, jetzt läuft der weg, der Lappen. Ey, jetzt bleib doch hier. Das ist doch alles gar nicht nötig. Guck mal, ihr, ihr bleibt einfach stehen. Oh, der ist doch viel zu weit weg, dann treffen wir hier nie. Ach, der kommt schon wieder. Wie man sieht, hier sind welche, die heißen einfach nur Räuber. Und hier unten sind noch ein paar andere. Aber wirklich viel geht mit denen natürlich nicht. So, hier haben wir noch mehr Räuber. Und da ist auch einer, der Quentin heißt. haben wir glaube ich gerade umgebolzt. Ja, so ist das. Da gibt es halt einfach nochmal so ein paar NSC, die hier einfach am Campen sind. Wann machst du denn da? Wenn wir sie mit den Feuerbällen abwerfen, sind sie wenigstens direkt tot. Wie gesagt, das fällt hier leider auch so in die Kategorie hier. Quentin hat auch nichts dabei, außer Gerümpel. Am Anfang ist das ganz nett hier mit so einem Langbogen, der 40 Geschossschaden macht. Da kann man schon was mit anrichten. Das Problem ist, am Anfang die auszuschalten und einzeln rauszulocken. Das ist fast ein sinnloses Unterfangen und die campen halt einfach hier und da kannst du jetzt hier hinkommen, quasi so wie ich das mache. Und man kann die dann um ihre Habe erleichtern. Aber so richtig wert hat das jetzt natürlich nicht mehr. Das ist auch so schade. Das ist auch so was, wo man sich dann wieder denkt, ja. Hier ist sogar schon jemand mit einem Namen. Da hat sich vielleicht jemand was dabei gedacht, als er das gemacht hat und die hier platziert hat. Und vielleicht wäre daraus auch noch was entstanden. Zum Beispiel, wenn man sich für das alte, für das neue Lager entscheidet, man bringt ihm ja die Liste und die ändert man ab und dann kann man ihm beitreten und dann wissen die aus dem neuen Lager, ja, wann die Karawane von der alten Mine zum alten Lager gehen soll und dass das hier vielleicht das Überfallkommando hätte sein sollen oder sonst irgendwas. Man weiß es nicht. Es wäre ja auch nicht schlecht gewesen, wenn man denen ja vielleicht hätte sogar beiwohnen können, diesem Überfall, wenn man sich wirklich gegen das alte Lager entschieden hätte. Aber das sind ja jetzt alles nur Spekulationen. Wenn ich die drei nicht kriege, kriege ich sie halt nicht, die hier jetzt vor mir am Weglaufen sind. Das ist mir auch relativ jacke wie Hose. Ich wollte es ja nur mal gezeigt haben. Ja, damit könnten wir jetzt eigentlich ins neue, äh, ins alte Lager zurückkehren. Ja, die sind irgendwo hingelaufen. So, wir filmen mal unsere Magie auf. Ich glaube, die Sequenz ist ein bisschen ist ein bisschen nicht in Ordnung, wenn wir uns rüber teleportieren. Durch die verzögerten Gespräche und alles, die ich einstellen musste, damit sich hier nicht alles immer überschlägt und sich alle gegenseitig ins Wort fallen. So, die Rune haben wir. Das ist gut. Dann können wir die auf 8 legen, weil wir keinen Monsterschrumpf mehr haben. So. Gucken wir nochmal. Hey, du! Was machst du hier? Ich hatte mir fast gedacht, dass es jemand durch das Pentagramm versuchen würde. Ja, genau. Ich kann ihm leider nicht dazu bringen. Wachen zu mir! Aber im Gegensatz zu diesem verräterischen Schmied Stone brauchen wir dich nicht mehr. Du hast da drinnen nichts zu suchen. Ja, verschwinde. Wo ist Stone? Hinter Gittern. Aber dafür wirst du gleich uns zu suchen. Ja, es ist da ein bisschen kaputt. Und macht ihn kalt. Du hast da drinnen nichts. Ja, war Tolo der Arsch. Der hat es aber gleich hinter sich. So. Wir metzeln hier erst mal ein bisschen rum. Hey, du da. Gadist, ich bin hier. Guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Oh, er guckt gar nicht. Hallo, Raven. Wie geht's dir? Du machst mir ja Schaden. Das finde ich nicht gut. Ja, er macht mir zu viel Schaden. So kann ich den Zauber nicht machen. Aber wir haben ja andere Möglichkeiten, uns ihm zu erwehren. Und dann können wir uns natürlich den Genuss hingeben, ihn so umzubringen. Was heißt Genuss? Aber es ist es halt. Ist dein Schwert darunter gefallen? Ist dein guter Rabenknecht darunter gefallen? Oder wie das Ding heißt? Du bist ja sowas von der Oberlappen, Raven. Das ist der Brunnen, oder? Ah, es liegt da unten. Ich könnte natürlich vergessen, es zu holen. Hier haben wir... War das Fitcher? Fitch? Skitch war das. Er möchte uns gar nicht angreifen. Wie finde ich denn das? Das ist ja ein Quatsch. Ist ja hier. Oh, Siegbringer hatte er. Oh, ja, 1000 Erzlauer. Das kann man natürlich nicht hier einfach so liegen lassen. Um 50 Dietrich. Nicht, dass wir sie brauchen würden. Was man natürlich auch noch machen kann. Ähm... an Gommesburg. Es ist ja noch der hohe Turm und dieser dient noch als Lager. Den kann man natürlich wie alles andere ausräubern. Aber da ist nur Kram drin, den wir nicht mehr brauchen. So, ich speichere mal vorsichtshalber. So, hier haben wir jetzt noch jede Menge Gardisten. Und was natürlich am wichtigsten ist, wir haben hier die Feuermager, die wir natürlich ausräubern können. weil die liegen hier einfach seit... seit Tagen und Wochen tot rum und das interessiert ja eh keinen. Hier haben wir noch Bartolo. Bartolo hat jede Menge Lauten im Inventar, die ich eigentlich so gar nicht haben möchte. Da hier Lagerschlüsse. Zum Lagerkeller der Erzbarone, den können wir uns auch noch mal angucken. Hier haben wir Kuristo. Der hat noch das Geld von der hohen Feuermagierrobe, die wir beim Kaufen im Inventar. Ringe und Zwingbarkeit. Nehmen wir noch Drago. Was hat der? Der hat noch einen Ring der Unbesiegbarkeit. Gut zu wissen. Hätte man also vielleicht mit Taschendiebstahl gegebenenfalls schon früher rankommen können. Ob es dann so funktioniert, hätte es einmal dahingestellt. Na ja, das mit Taschendiebstahl, das ist ja immer so eine Sache. So, wir heilen uns mal, bevor wir weiter Gomez entgegenziehen in seinem Haus. Das muss man ja auch immer dazu zählen. Wir greifen Gomez in seinem Heim an. So, der hier hat jede Menge Tränke und alles Mögliche im Inventar. Das kann man natürlich noch mal richtig schön mitnehmen. Da haben wir wieder ein richtig schön volles Inventar und wir werden zurückgedrängt und wahrscheinlich funktioniert dann gleich gar nichts mehr und das Spiel stürzt ab. Ja, 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 ja. Oder auch nicht. Ihr seid schon so ein bisschen doof, ne? Ihr merkt doch, dass ihr mich nicht tot checkt. Unnötig. Unnötig. Hingen doch mit Absicht alle um. Da ist gar nichts unnötig. Verzeugen, jemanden kalt zu machen. Ich mache euch einfach alle kalt. Dann hat sich das einfach hier erledigt. Ah, dann haben wir auch noch Toros. Toros hat natürlich auch noch einen netten Zweihänder. So, die Buddler laufen weg. Lebt ein Matt eigentlich noch? Ich weiß gar nicht. Hey Matt, möchtest du nicht Gommes umbringen oder als Schild gegen ihn dienen? Wir könnten ihn natürlich holen. Hier sind noch jede Menge Gardisten, die wir, ähm... Was hast du? Hast du Arto? Der hat eine richtig miese Armbrust, habe ich gerade gemerkt. Oh nein, sind wir wieder hier. Habe ich die Feuermaja da schon ausgeräubert? Das ist ja jetzt semi-ärgerlich. Nein, die sind noch alle gut bestückt. Ja, dann gehen wir da mal mit ein bisschen mehr Feingeführern. Oh, wie viel von den scheiß Dingern hast du denn? Er hat auf jeden Fall ein paar Lauten. Ein paar mehr Lauten, dass das Spiel ja nicht abstürzt, so viele Lauten wie er hat. Ach, scheiß auf die... Scheiß auf den Kram, den er hat. Ehrlich. Ach, wir waren schon ganz unten. Dann haben wir schon alles von denen. Oh ja. Das ist natürlich immer gut, wenn man nicht weiß, wann man gespeichert hat und man nicht sieht, ob man weiter nach unten kommt, weil... weil einfach alle so viel Lauten im Inventar haben, dass man... nicht mehr weiß, was man hat. Ah ja, siehst du, Raven ist tot. Die beiden habe ich jetzt natürlich noch nicht ausgeraubt, aber was soll's. So stelle ich mich hier hin und bringe ihn einfach direkt mit rum. Was hat er jetzt da vorn? Er verträgt ja auch drei... drei Wellen des Todes. So. Das ist doch schon mal wieder ein... Das ist doch eine ganze Ecke angenehmer. So, wer warst du jetzt? Arto? Ska warst du, glaube ich, nicht. Ska steht nämlich bei... Ach doch, du bist Ska. Ähm. Und was Besonderes. Skars Schwert. Schaden 85, benötigte Stärke 70. Äh. Der stärkste Einhänder, den wir hier finden werden. Naja, es ist ein Einhänder und er macht fast den Schaden von Urizziel, also... Da geht schon was mit. Bist du Torus? Was machst du denn da hinten? Ja, mit Zaubern zu töten hat natürlich auch den Vorteil. Du warst jetzt Torus. Genau, Torus Schwert. Dass die wirklich direkt auch tot sind. Nicht einfach wieder aufstehen und irgendwelche anderen Sachen machen. So, euch habe ich aber auf jeden Fall noch nicht ausgenommen. Torus. Ach, was... Was soll's? Hast du Klinge im Inventar? Hab ich dir die verkauft? Da erinnere ich mich gar nicht. Er hat auf jeden Fall Tränke und hier die Spruchrollen. Das ist doch alles ganz nützlich. Und... Die Ruhen vielleicht auch und die Waffen. Das ist eigentlich Schrott. Den lassen wir da liegen. Man mag sich jetzt fragen, äh, wie kannst du das da liegen lassen? Nimm das doch alles mit. Aber ganz ehrlich... Das ist Arto. Ganz ehrlich... Den ganzen Schrott... Den brauchen wir sowieso für nix mehr. Das einzige Lager, in dem wir noch Handel treiben können, ist das Sumpflager. Oh, was musst du da oben jetzt irgend so ein Kappes machen? So, ich würde sagen, wir erzählen Gomez jetzt mal, was wir von ihm halten. Oder was denkt ihr? Wenn der Herr dann da wäre. Ich glaube, wir haben Gomez aus Versehen umgebracht. Das ist schade, weil es gab noch eine Sequenz mit ihm. Er hat auch noch einen Ring der Unbesiegbarkeit. Und was wichtig ist, er hat Innos' Zorn. Innos ist ja der höchste und bekannte Gott hier in dieser Welt. Und Innos' Zorn ist der Zweihänder, der den meisten Schaden macht. Mit 110. Außer man hat halt Urizil als nicht, ähm, als nicht entkerntes Schwert. Das macht natürlich ein bisschen mehr Schaden. Aber so macht das am meisten Schaden. So, Todesring. Ach, du willst nicht sterben, ne? Du hängst an deinem Leben. Ja. Siehst du mal, was du davon hast? So, wir können jetzt natürlich auch noch mal gucken. Ah, wir haben 20 Erfahrungspunkte. Könnten wir uns noch mal 20 Stärken bei Diego für holen? So, hier kommen wir jetzt auch rein. Ich glaube, rein kamen wir vorher schon, aber wir kamen an die Truhen. Äh, Velaya liegt im Bett? Ne. Ist Velaya am Baden? Nein. Gut, dann können wir uns Velaya angucken, weil Velaya badet nackt, wie Baden halt so üblich ist. Geh schon. Du darfst nicht mit mir reden. Und wir dürfen nicht mit dir reden, weil sie immer noch denkt, Gomez lebt. Den haben wir wohl aus Versehen umgebracht. Hier ist auf jeden Fall nochmal ein Index Tier, das uns acht zusätzliche Stärke verleihen würde. Das ist sehr schön. Hier haben wir noch mal eine Rachestahl, eine Trollfaust und ein paar nette Äxte. Also, zu finden gibt es hier genug. Ähm, ja, und wie gesagt, wir könnten jetzt ziemlich ohne Bedenken hier die Tür knacken und in den Turm rein und in den Turm rein. sind dann so an die zehn Truhen mit ziemlich langen, komplizierten Schlössern in dem Schattenläuferhörner und ach ja, alles ist Schattenläuferfälle und zwar immer gleich zehn oder zwölf Stück davon. Aber das ist halt so was, das bringt uns nicht mehr weiter und ich bin ziemlich ungewillt, mich da jetzt eine halbe Stunde rein zu begeben und die Tür nur aufmachen wäre in Ordnung gewesen. Und da halt den ganzen Kram zu sammeln, wo er mir sowieso nichts mehr bringen wird. Weil das ist verschwendete Zeit. So, hier kommen wir jetzt rein und hier sehen wir auch einiges und hier ist eine Tür, die man nicht benutzen kann. Ach doch. So. Wo sind wir? Ach so, ja genau, hier kommen wir in den Außenring. Das ist auch noch so ein Schleichgang. Ich weiß gar nicht, ob man da auch hochklettern könnte, um hier reinzukommen. Da konnten wir gerade einen Blick ins Gefängnis werfen beziehungsweise in den Trakt. Und ich würde sagen, ja, eigentlich müsste ich aufhören, aber ich würde sagen, wir gehen noch zu Stone. Wir haben ja gehört, dass er gefangen gehalten wird, glaube ich. Ja, haben wir. Es wurde uns berichtet. Und ist hier Butch noch oder wie er heißt? Hm, hier ist auf jeden Fall ein Toter. Ein Toter ohne Namen. Wie wär's, wie wär's mit ein bisschen Prügel gerade ist? Es läuft doch nicht weg, Junge. Es ist wohl nicht Not. Komm mal hier. Er ist einfach weg. Was soll ich machen? Ich musste ihn umbringen. Er hat uns Hilfe gerufen. Es war Notwehr. So, hier haben wir den Raben. Das Rabenrecht. Ravens Waffe. Was ich mich gerade frage, ja, wir könnten auf genug, wenn wir zu Deko gehen, könnten wir auf genug Stärke kommen, um das Gasschwert zu tragen. Das wäre schon mal eine nette Aufwertung für jemanden, der Einhänder benutzt. Falls wir dann mal nochmal in die Bredouille kommen, Einhänder benutzen zu müssen und gegen große Gegner horden sowieso nicht. Wo ist Stone denn? Ah, hier haben wir einen. Nehmen wir den so lange. Stone kann nämlich noch etwas Tolles machen. Was willst du? Du siehst nicht aus wie einer von Gommes Schergen. Stimmt auch, ich hole dich hier raus. Stimmt. Ich gehöre nicht zu Gommes. Wie bist du dann hier reingekommen? Gommes hatte den Schlüssel zum Kerker. Er hat ihn mir überlassen. Du willst doch nicht andeuten, dass du Gommes aus dem Weg geräumt hast? Doch, will ich. Junge, das hätte ich dir gar nicht zugetraut. Es freut mich aber, dass dieser dreckige Halsabschneider endlich das bekommen hat, was er verdient. Aber warum hast du mich befreit? Ich habe gehört, dass du im Kerker bist und habe die Gelegenheit genutzt, um Gommes ruhig zu stellen und dich zu befreien. Hab Dank. Ich stehe in deiner Schuld. Triff mich in der Schmiede. Dort reden wir weiter. Ja, alles klar. Was ich mich jetzt natürlich frage ist, Stone war jetzt nie der übelst sympathische Charakter, mit dem wir gut befreundet waren, dass wir jetzt ausgerechnet ihn hier befreien. Das ist... Also ich finde es so jetzt relativ wenig sinnvoll. Ja, ich finde es so wenig sinnvoll. Also es ist irgendwie nicht nicht kohärent. Sagen wir es eher so. Ist halt ein bisschen komisch. Er ist jetzt anscheinend... Wir sind anscheinend mit ihm befreundet und haben ihm rausgeholfen, obwohl wir nie ein nettes Wort gewechselt haben und er eigentlich ein Arschloch ist und jetzt auch noch viel zu lange braucht, um... um seine verdammte Schmiede zurückzukehren. Weshalb ich hier jetzt gerade so ein bisschen am rumgucken bin. Hier sind noch Zielscheiben, mit denen man nichts machen kann. Ob man das Tor hier runterlassen kann, weiß ich gerade gar nicht. Stone da ist, können wir ja mal Dinge ausprobieren. Ich glaube, in Gothic 2 kann man hier hochklettern. Ob das hier auch funktioniert, weiß ich gar nicht. Gut, es geht. Gibt es hier einen Schalter oder eine Winde oder sowas? Sieht schlecht aus im Moment. Wir kraxeln hier mal hoch. Ah, hier gäbe es eine Winde. Kann man damit das Haupttor hinablassen? Ich bin gespannt, was passiert ist. So, wir... wir gleiten hier runter. Ah, ich blocke zu früh. Ach. Ich bin drauf geschissen. So hat es auch funktioniert. So, Stone müsste jetzt mal in seiner Schmiede angekommen sein. Hoffe ich. Nun können wir uns hoffentlich unsere Belohnung abholen. Ähm, Stone? Brauchst du noch lange? Ich bin nicht gewillt, länger auf dich zu warten. Äh, du machst da... Du musst da lang gehen. Lass mich mal vorbei. Hör auf, mich anzupöbeln. Oder gehst du schon als in deiner Schmiede? Mir ist das nur recht. Wir... Weißt du, was wir jetzt machen? Ich leg mich jetzt hier in das Bett und schlaf bis mittags. So. Wenn du jetzt nicht in deiner Schmiede bist, werde ich sauer. Kommt sein Arsch nämlich auch auf unsere Liste. Ah. Da bist du ja. Da du mich aus diesem Rattenloch befreit hast, hast du was gut bei mir? Mann, ich habe mir überlegt. Da es nicht viel gibt, was ich dir geben kann, werde ich dir etwas schmieden. Könnte ein Ring sein oder etwas Vergleichbares. Wir werden das wertvoll zu nehmen, aber wir fragen ihn erst mal, warum man ihn in den Kerker warf. Warum hat man dich in den Kerker geworfen? Gomez. Der Bastard hat mir unterstellt, dass ich gemeinsame Sache mit den Feuermagiern machen würde. Nur weil ich der beste Schmied im alten Lager bin, konnte ich meinen Kopf retten. Er hat mich in dieses Rattenloch werfen lassen und immer nur dann rausgelassen, wenn er meine Fähigkeiten gebraucht hat. Ja. Wir können ihn jetzt vier Dinge fragen. Er könnte mir einen Gegenstand, also er könnte uns einen Gegenstand schmieden, der die magische Energie erhöht, einen Schutzring, einen Ring für mehr Lebenskraft oder wir können die Erzrüstung verstärken lassen und das ist glaube ich eigentlich immer die beste Wahl, auch wenn man sie nicht benutzt. Rüstung verstärken? Natürlich kann ich sie verstärken. Gib sie mir und warte kurz. Ja. Warum auch immer er uns jetzt unsere Dämonenbeschwererrüstung geklaut hat, weil die wird definitiv nicht verstärkt. Damit habe ich meine Schuld beglichen. Die wird nämlich definitiv nicht verstärkt. Ja, glaubst du? Bin ich nicht so überzeugt von. Vorerst zumindest. Jetzt haben wir die verbesserte Erzrüstung. Die hat jetzt nochmal fünf Punkte auf alle Widerstände draufgekriegt, aber ich würde sagen, wir bleiben bei der Robe der dunklen Künstler. Und dann geht's hier raus. So, hier der mich angreift, wird umgebracht. Damit das schon mal klar ist. Genau, lauft mal alle schön weg. Wenn ihr euch da so sammelt, dann beziehe ich das in Betracht natürlich die Erfahrung mitzunehmen. damit ich hier in Ruhe die Winde bedritte. Ach ja, das Tor ist anscheinend nicht runtergegangen, aber egal. Ja? Ja? Hallo? Tür? Okay. Die Tür geht nicht auf. Das heißt, wir können uns nur raus teleportieren. Oh, muss ich ja manuell zu Diego laufen. Naja, wir haben ja so nur noch den Rest vom Ork-Tempel vor uns. Hm. Wir gehen mal zum Dämonenbeschwörer zurück. Wir machen dann noch eine Kleinigkeit vorher. nicht jetzt, aber nächstes Mal dann zuerst. Wobei das auch doof ist. Na, nächstes Mal rennen wir von hier aus zu Diego. Das müsste der kürzeste Weg sein, wenn wir hier runter springen mit Block, mit Waffenblock, dann laufen wir da durch, dann sind wir schon fast da. Ja gut, dann machen wir das so. Xalas dürfte uns nichts mehr zu sagen haben. Ich denke, wir gucken noch einmal kurz, aber ich glaube nicht. Und damit bleibt mir nur euch alles Gute zu wünschen und Gesundheit und alles und was weiß ich und bis zum nächsten Mal und so.